Die Klausurenphase ist wieder upon us. Ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich schon seit ein paar Jahren keine Klausuren mehr schreiben muss, aber ich fühle sehr mit euch. Früher musste ich sehr, sehr viele schreiben. Und heute spreche ich über GoodNotes-Hacks, die in der Klausurenphase nützlich sein können. Und im Spezifischen spreche ich da über Active Recall, das heißt aktive Wiederholung von Stoff. Ich habe ein anderes Video über Lernmethoden, wo ich ein bisschen mehr darüber spreche, was Active Recall ist und aktive Wiederholung und warum das Sinn macht. Vielen Dank auch an Paperlike, die dieses Video sponsern. Aber von denen gleich ein bisschen mehr. Zuallererst schauen wir hier mal weiter auf mein iPad. Herzlich willkommen zu meinem iPad. Ich dachte, heute machen wir mal nur ein Screen Recording. Das könnte eventuell ein bisschen einfacher sein. Wir gehen hier in das Video herein und ich habe das meiste schon vorbereitet. Aber das allererste, was ich euch zeigen möchte, ist die Funktion von Karteikarten in GoodNotes. Ihr habt es richtig gehört, man kann in GoodNotes Karteikarten erstellen und an dieser Stelle herzlichen Dank an das Community-Mitglied, das mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wenn ihr es nicht wisst, man kann Mitglied dieses Kanals werden. Dazu gibt es mehr in der Infobox. Aber ein Kanalmitglied hat mir eben gezeigt, wie man diese Funktionen finden kann und ich habe es seitdem ein bisschen getestet und zeige euch heute, wie das genau funktioniert. Um Karteikarten auf GoodNotes zu erstellen, muss man nämlich hier auf Neu gehen und Notizbuch. Und um die Funktion von Karteikarten zu finden, muss man das Format seiner Seiten oder seines Notizbuch ändern. Das heißt, wir gehen hier auf A4 und gehen jetzt auf A7, iPhone und finden dann hier oben unter Essentials. Im deutschen GoodNotes heißt es vielleicht etwas anders, aber hier hinten sieht man Flashcard, zu deutsch dann eben Karteikarte. Wir erstellen ganz wie immer einen Namen, sagen wir mal Video-Test und machen hier eine Flashcard und kreieren das Ganze. Und so entsteht dann ein Notizbuch, das quasi einen Karteikartenordner hat. Hier oben seht ihr auch schon Question und Answer, also Frage und Antwort und so könnt ihr eure Karteikarten dann erstellen. Das heißt, wir tragen hier oben Frage ein und Antwort und erstellen so eine Karteikarte. Um euch ein bisschen die Funktion zu zeigen, gehen wir aber schon mal auf das hier, was ich hier erstellt habe für euch. Ich habe hier ein paar Karteikarten einfach mal beispielhaft erstellt. Eine neue Karteikarte holt ihr ganz normal über das Drag & Drop, also hochzuziehen, um eine neue Seite hinzuzufügen, wie es bei GoodNotes üblich ist. Ich habe jetzt hier eben ein paar Karteikarten und um mit diesen Karteikarten dann zu üben, kann ich hier drauf gehen und hier ganz unten Study Flashcards drücken. Und mit dieser Funktion kann ich dann eben meine Flashcards wieder testen. Hier, ich habe schon mal getestet, also könnt ihr das sehen. Ich werde jetzt hier auf Study Again gehen und kann jetzt eben, sehe den Question Teil oder den Frageteil meiner Karteikarte und wenn ich nochmal drauf tippe, sehe ich dann den Antwort Teil. Wenn ihr das allererste Mal Karteikarten durchgeht, werdet ihr Hard erstmal nicht als Funktion haben. Ihr werdet dann nur nochmal Gut und Sehr gut haben. Allerdings gehe ich jetzt zum zweiten Mal die Karteikarten durch und da sieht man eben nochmal Schwer, Gut, Sehr gut. Und ihr könnt dann hier einfach einschätzen, wie das Ganze gelaufen ist. Sagen wir mal, das war schwer. Also drücken wir auf Hard. Bei Ethanol machen wir hier, das sollte sehr einfach sein. Eine Amine sollte auch sehr gut sitzen. Bei dem Pyridoxaminphosphat ist es wahrscheinlich eher immer etwas schwierig. Genauso wie beim 3-Hydroxybutyryl-ACP. Ich kann es sogar nicht mehr aussprechen, meine Güte. Sagen wir mal gut. Bei Phenylalanin sollte man es eigentlich auch ganz gut kennen, aber wir machen jetzt hier mal beispielsverhaft nochmal. Zeichnen das Ganze vielleicht nochmal auf und können dann hier easy angeben. GoodNotes macht dann nach dem Algorithmus von Active Recall, also von aktiver Wiederholung, es sortiert für euch automatisch die Karteikarten, wie gut ihr sie beherrscht. Das heißt, wir sehen hier im Orangenen die schweren, die, die wir gut beantworten könnten. Im Hellblauen und Dunkelblauen sehen wir die, die wir sehr leicht beantworten könnten. Und um sicherzugehen, dass wir das Ganze gut gelernt haben, empfiehlt uns GoodNotes auch, wann wir das nächste Mal zurückkommen sollen. In dem Fall am 13. Januar 2021, aber ihr seht, es ist am 7. Januar aufgenommen, aber natürlich könnt ihr die Karteikarten grundsätzlich jeden Tag wiederholen und bis zu einem gewissen Grad würde ich das auch so empfehlen. Das hier ist noch eine Beta-Funktion quasi, das heißt, das Ganze wird noch getestet. Also ich bin mir sehr sicher, dass in Zukunft das Ganze ein bisschen ausgefeilt wird. Hier unter Einstellungen können wir das Ganze auch nochmal komplett resetten. Das machen wir einfach mal. Das heißt, es merkt sich gar nicht mehr, ob wir das Ganze jetzt gut gemacht haben oder nicht. Und wir sehen jetzt hier von Neuem, das ist jetzt also wie, wenn wir das das allererste Mal machen würden, Koffein. Und dann sehen wir hier nochmal Koffein gut, Ethanol sitzt, Emin sitzt nicht so, Pyridoxaminphosphat sitzt eher nicht so. Machen wir es nochmal und dann okay und so weiter. Wir gehen die ganzen Sachen also wieder durch und dann sehen wir hier die Statistik, die erstellt wurde und wann wir auch wieder das nächste Mal zurückkommen sollen. So funktioniert das mit den Karteikarten. Das ist also relativ basic, wie ihr sehen könnt. Was allerdings ein sehr großer Vorteil davon ist, ist, dass man die Möglichkeit hat, das Lasso-Tool zu verwenden, um diese Karteikarten zu erstellen. Das bedeutet also, man kann mal ganz runter scrollen und hier eine Karteikarte hochziehen. Wir nennen diese Karteikarte jetzt einfach Test. Man kann übrigens auch diese Funktion benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich schreibe damit sehr gerne, weil man damit ein bisschen ordentlicher schreiben kann. Und wenn wir jetzt aus einem anderen Dokument, sagen wir mal, wir haben schon eine Zusammenfassung geschrieben oder wir schauen uns die Vorlesungsfolien an oder ein Buch und so weiter. Und wenn ihr das in GoodNotes importiert habt, habt ihr die Möglichkeit, mit diesem Lasso-Tool das Ganze zu kopieren und auf die Karteikarte drauf zu kopieren. Das heißt, man kann jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt irgendwas, das ist eine ganz random Sache, man kann jetzt hier, könnte ich das umkringeln mit dem Lasso-Tool. Ich tippe drauf und dann sagt er, take screenshot, das mache ich jetzt mal. Dann habe ich diese etwas schönere, feinere Auswahl und hier auf dem Pfeil kann ich eben kopieren, selektieren und kann das Ganze dann hier mit rüber nehmen. Wenn ich dann mit dem Stift eine Weile hier unten drauf drücke und immer noch im Lasso-Tool oben selektiert bin, dann kann ich hier pasten und das Ganze wird einfach hier reingepastet. Das heißt, ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, super easy Sachen abzufotografieren oder einzufügen. Hier sehen wir auch schon Bilder, die man potenziell einfügen kann. Das ist jetzt für eine Thumbnail-Erstellung von mir gewesen, also bitte habt Mercy. Das ist also irgendein Bild aus meinen random Bildern, die ich auf meinem iPad drauf habe. Aber ihr seht, es ist also relativ einfach, hier Sachen einzufügen und das ist eben ein sehr starker Vorteil von diesen Karteikarten in meiner Meinung. Das andere ist natürlich, dass ihr weiterhin den Support habt und weiterhin das Ganze auch händisch zeichnen könnt. An dieser Stelle möchte ich ein bisschen über Paperlike sprechen, die dieses Video auch wieder sponsern. Ich freue mich wieder mit Paperlike zusammenzuarbeiten. Ich finde es immer schön, wenn wir wiederholende Kooperationen haben. Paperlike ist für die, die es nicht kennen, eine matte Folie, die man eben auf das iPad drauf macht. Das ist also eine Schutzfolie, die matt ist und das hat den Vorteil, dass man das Gefühl hat, wie auf Papier zu schreiben. Man kommt also diesem Gefühl, auf normalem Papier zu schreiben, deutlich mehr näher, deutlich näher als ohne eine Paperlike-Folie. Ich habe, bevor ich mein Paperlike hatte, auch eine quasi billig-matte Folie bei Amazon einfach irgendwie bestellt und habe sie auf meinem iPad drauf gemacht. Und tatsächlich fand ich die nicht so gut, denn es ist so, wenn man eine matte Folie auf seinen iPads drauf macht, dann gibt man ein bisschen etwas von seiner Auflösung auf, weil natürlich eine matte Folie nicht ganz so ist wie eine glatte Folie. Und ich habe in meiner Erfahrung bei der billigen matten Folie schon sehr viel von der Auflösung aufgegeben, was bei dem Paperlike nicht so ist. Und das andere war auch, dass die matte Folie, die günstige, auch sehr rau war. Das heißt, wenn ich geschrieben habe, für lange Zeit wurde meine Hand immer super heiß und es wurde dann ziemlich unangenehm zu schreiben. Und diesen Effekt habe ich tatsächlich auch bei Paperlike nicht. Also ich würde es nicht mehr missen und ich benutze es schon seit einigen Jahren und bin super zufrieden. Und vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Falls ihr ein Paperlike haben möchtet, ist es unten in der Description-Box verlinkt. Also schaut gerne dort mal rein. Aber wir machen jetzt mal weiter mit den GoodNotes-Hacks. Die nächste Methode, ich weiß nicht, ob man das wirklich Hack nennen kann, aber etwas, was ich zumindest sehr sinnvoll finde und gerne benutze, ist tatsächlich die zwei Spalten Schrift, Notizbuch, wie auch immer. Das finden wir auch, indem wir hier auf Notizbuch gehen, also hier ein neues Notizbuch eröffnen. Und ich gehe ganz gerne hier wieder zurück auf A4. Und in diesem A4 kann man hier unter Writing Papers, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber hier gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Spalten zu haben. Und dann suche ich mir eben die zwei Spalten aus, also zwei Spalten links und suche das aus als Möglichkeit und schreibe dann hier, nennen wir das auch zum Beispiel Test bei GoodNotes und kreieren das Ganze. Dann bekommen wir hier eben zwei Spalten und man sieht hier, die eine Spalte ist ein bisschen kleiner als die Spalte hier drüben. Ich finde das sehr nützlich für zum Beispiel Definitionen, also wenn man bestimmte Wörter auswendig lernen muss, vielleicht müssen einige auch noch Vokabeln tatsächlich auswendig lernen, aber auch, wenn man so ein bisschen seine Lernblätter schreiben möchte und man eine Vorlesung einfach hat, wo wahnsinnig viel es um Fachbegriffe geht oder man schreibt eine Hausarbeit und man möchte irgendwelche Fachbegriffe im Blick haben, da finde ich das hier super hilfreich. Was ich nämlich dann ganz gerne mache, ist, wie gesagt, die unterschiedlichen Begriffe auszuschreiben. Ich habe hier jetzt mal einfach zum Beispiel als Beispiel Übersetzungen gemacht und man kann das Ganze eben einfach super nutzen, um quasi Vokabeln auswendig zu lernen. Das könnt ihr machen, indem ihr diese rechte Spalte zum Beispiel einfach mit einem Blatt Papier abdeckt, aber ihr könnt natürlich auch einfach so weit reinzoomen in euer Blatt und vielleicht sogar den Stift ausmachen, aber so weit reinzoomen, dass man einfach nicht wirklich etwas von der anderen Seite sehen kann und euch so dann immer wieder testen und abfragen, was ich eben super praktisch finde. Was auch eine ganz gute Sache ist, solltet ihr das dann in irgendein anderes Dokument überführen möchten. Ich finde die Umsetzung von Handgeschriebenes in Text sehr gut und das macht man, indem man hier das Lasso-Tool wieder greift. Ihr seht, ich bin ein sehr großer Fan von dem Lasso-Tool und man kann dann das Ganze hier einfach umkringeln. Wir tippen drauf und dann sieht man hier Convert. Das wird auf Deutsch dann wahrscheinlich ein bisschen anders heißen, Konvertieren, Umstellen, wie auch immer. Und wir klicken mal drauf und dann bekommen wir tatsächlich die ganzen Version, die man aufgeschrieben hat, zu einer Übersetzung in Text. Und diesen Text kann man dann eben kopieren und auch wieder in irgendwelche anderen Files einsetzen. Also sollte man das zum Beispiel in Word kopieren wollen oder irgendwas anderes, kann man das hier ganz gut machen. Ihr seht, manche Sachen erkennt das nicht ganz so gut. Ich habe natürlich hier zuerst nicht Beep aufgeschrieben, aber ich muss auch ehrlich sein, meine Schrift ist manchmal nicht so gut lesbar. Aber insgesamt macht es das schon sehr, sehr gut, finde ich, bei GoodNotes. Und das ist eben auch eine Sache, die ich in der Klausurenphase oder zumindest zum aktiven Wiederholen sehr, sehr hilfreich finde oder finden kann. Die andere Sache, die ich eigentlich relativ nützlich finde, ist die Funktion von Split Screen, auch innerhalb von GoodNotes. Was nämlich ja sein kann, ist, dass man wahnsinnig viele Texte durchliest oder Sachen vergleichen muss. Ich muss in Präsentationen ganz oft irgendwie Paper lesen und es gleichzeitig dann aufschreiben. Und ich mache das Ganze tatsächlich gerne digital. Was für mich total game-changing war, war dann herauszufinden, wie man im Split Screen unterschiedliche Sachen öffnen kann. Wir können zum Beispiel hier Test 2 öffnen. Und wenn wir jetzt dieses Dokument zusätzlich als Split Screen öffnen möchten, dann klicken wir hier unten auf diesen kleinen File. Also klicken wir da drauf und dann sehen wir die Möglichkeit Open in New Window, also neuem Fenster öffnen. Und wir klicken da drauf und sehen dann, dass sich tatsächlich dieses Fenster öffnet. Man dann hier auf der anderen Seite seinen Test öffnen kann und so weiter. Und dann kann man hier auf der einen Seite ohne Probleme markieren und hier drüben auf der Seite ohne Probleme schreiben. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, simultan zwei unterschiedliche Sachen zu machen, ohne zu klicken oder ohne irgendeinen Lag zu haben. Was auch sehr nützlich ist, ist, dass man tatsächlich das gleiche Dokument auch in zwei Fenstern öffnen kann. Und das machen wir auch, indem wir zum Beispiel hier Test und dann Open in New Window machen und das neue Fenster öffnet sich. Und hier öffnen wir einfach auch Test 2. Und tatsächlich haben wir dann simultan auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Die Veränderungen werden dann auch direkt übernommen. Also wenn ich hier was reinschreibe, dann sieht man es auch simultan auf der anderen Seite. Und wenn man dann innerhalb eines Dokuments zum Beispiel Sachen an unterschiedlichen Stellen bearbeitet, kann das halt wirklich super praktisch sein. Das heißt, Splitscreen war auch etwas für mich, was ich super sinnvoll und hilfreich fand, vor allem wenn die ganzen Sachen schnell gehen müssen, was ja in der Klausurenphase der Fall ist. Das sind so meine Schnelltipps und Hacks zu GoodNotes, die man in der Klausurenphase vielleicht eher benutzt als in normalen Zeiten. Also ich finde sie sehr sinnvoll, vor allem eben für das aktive Wiederholen von Sachen. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Paperlike für das Sponsoring dieses Videos. Solltet ihr mehr zu iPad, GoodNotes und so weiter sehen, dann könnt ihr gerne bei dieser Playlist vorbeischauen, wo ich das Ganze verlinkt habe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und ganz viel Erfolg beim Lernen.